In diesem Jahr fällt der 24.12., also Heiligabend, auf einen Sonntag. Daraus ergeben sich nicht nur geänderte Öffnungszeiten für den allgemeinen Einzelhandel, auch Bäckereien haben nicht wie gewohnt geöffnet. An diesem und den folgenden Weihnachtstagen. Aber mal von Anfang an. Wohnt man nicht gerade in Berlin oder Brandenburg, fällt das Last-Minute-Shopping am 24.12. in diesem Jahr komplett flach. Denn nur in diesen beiden Bundesländern ist es Geschäften am 24.12. erlaubt, für ein paar Stunden zu öffnen. Eine Sonderregelung macht es möglich. In allen anderen Bundesländern bleiben Supermärkte und Co. geschlossen. Bäckereien genießen eine Sonderstellung. Sie dürfen in allen Bundesländern am 24.12. bis 14 Uhr öffnen. Auch am 25.12. öffnen Bäckereien in den meisten Bundesländern jedoch zeitlich begrenzt für maximal fünf Stunden. Am 26.12. bleiben Bäckereien hingegen in den meisten Bundesländern geschlossen. Wichtig ist, dass nur weil eine Bäckerei öffnen darf, diese nicht öffnen muss. Abweichende Zeiten findest du in der Regel gut sichtbar im Eingangsbereich deiner Filiale.